ja und willkommen mein name ist an die rote und ich möchte euch zurück zu letzten mal zu drei wir waren in der krieg in der letzten folge haben noch ein paar inseln gesucht waren jetzt nicht so erfolgreich aber ja was soll man machen wir haben nur noch eine welt hier die war tun müssen wir müssen noch eine tun und zwar san franz okio am stufe 38 ich will noch zwei tun dinger und teleport dingen keine arme weg schreie irgendwie so hat und ja wir sagen die holen wir uns noch alle und die bauch hätte ich mit dem nebel fluss also werde ich immer noch sehr viel hat wenn wir nicht haben da war halbwegs fertig okay wird na wie steuert man noch mal mit ich schießt man das schmuck ich will mein gummischiff ungefähr in der wie meine charaktere ist ein netter touch wenn er mich fragt da sehe ich den haufen kristalle macht mir kaputt den länden ok der scheinbar auch gute sachen zu kriegen ich will nicht dadurch sehr kurz zahl irgendwo hier sein irgendwo unter mir ja da ist ein pinker geht nicht durch nur aber kaputt nur die erst aufschließen ist klar ich habe eigentlich konnte die schon kaputt hauen ja baufragment und zeugs irgendwann wäre mal weil ich drei vier fahrzeuge hochladen wo war alles genau erkunden keine sorge ist da kann man schon bewegt sich wenn ich habe da kann man doch haben wir schon ich dachte man hat sich nie bewegt hat haben wir nicht so sind zwar irgendwo halbwegs gelandet ja diese kristalle und so respawn nicht bei sonst wird das echtes verwirrend aber glaube ich nicht mehr ich hoffe allgemein ja einige sachen respawn nicht weil sonst wird richtig nervig diese gelben dinger diese boxen wohl mit geld oder erfahrung drin sind ich hoffe die respawn nicht dann weiß ich wenigstens wo ich gerade mit mir oder weder ich habe mich um die fall von den herzlosen fern oder so viele von denen sind da ist unser ziel da wäre das noch weiter verdammt grundig kaputt das gebiet habe ich noch gar nicht erkundet mich gerade mehr für zukünftige partner wäre vielleicht irgendwie besser wenn ich jetzt schon die baufragmente und also aber da habe aber natürlich das ding nein ich will aber aber der potter danke war weiter ich wollte eigentlich dieser schatzdinger finden aber dass ich die mal finden dann ist wieder mit der folge sidetrack von den ganzen kristallen außerdem na los kaum schauen danke da wo sind jetzt die dinger und finden ich bin mal ja noch weiter so nicht karte wir sind ja nicht mehr auf dem schiff da das schatz glaube ich näher schon wieder so bedingen das haben wir aber glaube ich schon weil ich kann mich an diesen tornado erinnern wenn ich meine ich war schon mal hier in der nähe wenn sich ein kristall die mege 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 na wie schnell kaputt bitte doch bringt gar nichts aber egal wo sind jetzt hier da ist bei der linken ich bin überhaupt ich bin überhaupt voll weit entfernt von meinem ziel wie mache ich dann aber ich krieg das nicht auf der reihe irgendwo richtung da haben es noch ganz viel zeug seine meine orientierung legendär gibt es einfach nicht wie kann ich mich so oft waffe ist aufgeladen da denke ich glaube in den pinken sind eigentlich nur gute sachen können halt alter land da sind nur euro gummies und so und mini sachen das ding habe ich aber noch nicht mehr war ja da habe ich noch nicht jetzt komme ich jetzt komme ich da sie auf dem kaputt schiff irgendwie und aktiviert aber eine neue ausrechnung halt natürlich so als neue beiden schatztruhen dinge ist schon rechts von mir irgendwo da ich sehe schon auf der karte wenn ich vorbeigeflogen den krieg neben leben ist schon millionen kilometer weit entfernt oder nicht jahre halten hält nicht jahre müssen wir die entfernung und nicht die zeit habe ich davon wort ist ich mag shorts sind gemütlich und einfach zu tragen das stimmt so an was alles zum pokémon den kampf hier irgendwie führen kann was einfach irgendwo bei hallo wie spät ist das war bes CLOCK die lille so hat was wir gespräche zum pokémon kampfen super es war immer noch noch einmal eins ich überhaupt jemals so ein ding vermattelt ich glaube da kann man bestimmt vermattern dazu das soweit nach dinge herumfahren bis ich das geschafft habe so dass ich gerade verpasst habe nicht verpasst ich bin davon freigepunkten den überhaupt ja letzte dinge links von mir ich habe nach rechts fahren und weg so danke oder satscheid was bringt überhaupt so letztes teil kommen was damals ich kann ja damals bekommen indem ich die den rapport geile dann gibt mir zeugs hallo mal was das ding wo ihr seien und dann da unten das ding auf voll verstecken da haben wir auch irgendwie noch sohn dingen kommt noch so ein fluss sage ich mal aber das sieht knapp aus noch irgendwie so ein so eine weltkarte auftaucht und wir werden können ja nicht mehr übrig sein 3 4 irgendwie so was stimmt ist auf jeden fall noch zum schlüsselschwert getroffen weil darauf wird ja so jeden aufgebauten das ging gemacht dream oft ist also da müssen wir auf jeden fall neun schützt und spät auf jeden fall noch eine welt wird dafür jetzt extra eine neue karte hier gemacht durchfliegen müssen da ist jetzt die frage da hat oben ist ja andersrum nein mit so mit ruinen rein da ich sehe schon das gehen wir eben mit zehn minuten geflogen das kann man da rein dass man auch kurz checken ja um die mission neue missionen freigeschaltet abgeschlossen alles alles klar diesen titel zu halten wir waren nicht mal an der hand eine konstellation ist nirgendwo was ne irgendwo in der nähe san van tokyo van tokyo san francisco und tokio nämlich waden ne ich glaube da ist die welt von filmen den ich nicht kenne ja so kenne ich kenne also ich kenne den film habe ich aber nicht gesehen ich nehme eines davon wir treffen aber schon dauernd dmx weil es der einzige außerordination die man noch nicht getroffen haben irgendwo wir trafen wir bisher nur hier ist mal ein mitglied der organisation mindestens und ein kleiner ton da mal an zum und sammler's gesehen wenn ich meine dmx haben wir noch nicht gesehen also kommt dmx oder coating so auch das ist ganz weEZ ein swt außerhalb kompeten das ich glaube riko ist irgendwie gerade in gefahr überraschung okay ich habe das mit der film heiß ja genau b max major injury but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion we should take caution and not move her until we can fully stabilizer head got it that's a robot hello i am a max your personal health care companion denes unguido de un palo sora remember our other problem oh ja hey who are you oh I'm sorry ja reinfolge name 0 you mind helping us fight those things our teams called big hero 6 warum denn sechs ich meine sind noch ein paar andere die wird einfach am bogen gelassen bei dem habe ich nicht gesehen nur meine werbung davon gesehen als ich mal im kino war wir haben uns einen grund warum eine mischung aus tokyo und san francisco ist der firma ist big hero 6 im englischen aber bei uns heißt der baymax was auf ihr bombardement wo er weißt du denn was die schon können wir sind als eine sekunde hier nach luft hoheit so ist das ding letztens irgendwie nicht mitbekommen irgendwie angelesch angelehnt an die dragon oder aus beiden fans die brücke noch mal wie heißt die brücke noch mal war aber ich kann mein ding es nicht aufladen nicht rechtzeitig jedenfalls hat so weit hier oben schießen ja war so aber macht er jetzt ich kann auch heute ballern hätte da jetzt nicht gedacht hier frist hat das hat den jahre getötet immer einfach was die neue männer irgendjemanden da verprügelt echt ja so sind wir uns was böses der konkrete ausweichen war luft von luft wo ein bei dem möchte ich jetzt aber verdammt noch mal hat ding zu schaffen ja so ein flagger oder einmal ist verprügelt sich mit der platte vielleicht hochwertig nicht was davor ist aber ja release the kraken der hat einen aktien gegen den kopf eingepackt ich kann mich hinter den teleportieren ich werde gerade erst das jahr was kommt zu sich aus kino 2 ist ich habe mich dann direkt hinter dem was sagt wir fangen direkt mit dem bach an also schießt wieder cool aber nein das war nicht gut wenn die presse in die kurzen die plätze und restart neues slot und überheilung das war ein einstieg in diese welt er gehe auf die schlacht zwischen gut und böse der gräbis war ein schiff hinterher nicht cool die Leute lieben spektakle nicht die Wahrheit ja wer braucht qualitativ zu informieren wenn du einfach alles machen kannst ich verstehe es nicht ich meine sie sahen nicht wie großartig wir waren sicher dass diese Sachen ein paar gute Hände aber wir hatten Chemball und Laserhands und Feuer zu spüren naja es war wirklich nicht es hat uns gebeten woher kamen sie wir stehen gerade hier achso die herzlosen ich dachte die reden immer uns du hast uns nie genau äh das ist die Gang das ist Gogo er ist Wasabi wie gehts das ist Honey Lemon Hallo da ich bin Fred er ist fred er ist fred es ist noch so ich wollte sagen alle haben irgendwie so ein ausgewöhnlichen namen hat monstern das monster ist fred was die drei sind Sora Donald Goofy die äh die Big Hero 3 Keyblade Hero 3 nöch nicht noch nicht Wir haben die Gaunen. Interessant. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yup, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Mhm. Mhm. Wait. We're going too. It's okay, we got it. We have to help. My brother would have. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train them. When heroes run low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? 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 You put it on your face. Huh? Huh? Heartless! Donald! Goofy! What? Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But... Chill, Sora. Just take the AR device off. Huh? 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 Oh. Oh. Wow. Wow. I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But... So far the map data only covers Seven Sokyo. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora. All you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! Shugyo! It stands for training, that's a good idea! We could probably use the practice. Subscribe for yourself. Huh. I can Shugyo, by installing new combat data. Oh. Hey! Let's just try it out. Okay. real werden kann fokus dankeschön donald jetzt gespeichert zumal verdammt da wir ein paar neue sachen blockauflage blocken 3 mp wo cool wird ein repertoire eine multifokus fertigkeit hinzu kein fokus kostet auf so viel fokus von amüsierten gegnern die fälscher kann aufstapeln effekt zu steigern klingt glaube ich sehr gut aber ich nehme erstmal die überheilung obwohl wir gehen eigentlich nicht so oft drauf verarschenderweise cool aber wollte ich noch machen und schon wieder vergessen 36 okay das ist nicht so groß obwohl karibik war schon vergleich sehr groß also das jetzt irgendwie sehr unfairer vergleich ich mache okay irgendwann wollte ich noch machen ich habe schon wieder vergessen das will ich stein freund stein fp plus da können wir da ein paar jungen damals habe ich was habe ich so viel auf einmal ja da weiß noch nicht so hoch gewählt kannst du eine fähigkeit lernen die weise ne du auch wo ich werde ich nie wieder benutze aber alle erst mal hier so neusten stand bringen vormänderungszeit pro sahr jetzt mit dings aus nix werden wahrscheinlich erst mal wieder erst angezeigt nachdem ich schon irgendwie im ort gefunden habe und wollte man kann ich bald herstellen ich war nur sechs dinger weil das gleiche ich bin ein bisschen paranoid jetzt wird die dinge angeht die sicherheit dass ich hier frage oder mich deswegen ja okay auf geht's man will es denn machen schubi ohne so wie fred war so komisch wir haben so ein komisch namen dann fred von alien dann sag mal sieh ich ich in gegen eine ganze partei mit dem grüne ein zinkern ist seite ja schon sagen so ich nehme an hier sind keine drohen oder sohne nein da waren noch zwei dinger alle einsammeln muss aber ja muss wahrscheinlich alle sammeln aber ja schon wieder verpasst muss jetzt lang muss ich lang keine ahnung wo ich lang muss sagen einfach mal die restlichen dinger ein wo ist ein lang mann wir sind wir uns vorringern ja lang hier kann dringend mehr wo ist der kurs von heruntergesprungen da hat ja toll hätte der jährige nicht mal ein bisschen allein packen können aber wenn ich auf die andere seite war drei er macht es mir gerade nicht so leicht irgendwie neu starten das ist irgendwie sehr gefährlich woher sterb alle zum glück sind die straßen richtig leer also so ist kein mensch hier auf den straßen mein Gott sei denn das bilden was ja fred ja 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 so ich muss da ja verdreck da was die mann hier doch dann haben sie gar nicht hin doch das wird so lange gedauert und aber ich nicht wusste am anfang wo ich was okay das schütze schön ausgerüstet interesting gravity nach ein ding ich nehme mal das dafür die katzen so ich so ich ich so ich so ich Fertig und Eis, die Letrisch verabschieden! Oder so weet das! Danke, Zara. Das sollte genug Daten sein. Und ich denke, du spartierst eine neue Idee. Ja. Hero. Ich glaube, du musst einen guten Funktionsschule machen. Ich kann diese Recherche weiterleben. Ich muss mich an die E-Mage zu haben. Und ich werde es ein bisschen nach oben machen. Ich werde die Recherche im Dich verabschieden! Ich werde es in den Dich verabschieden. Und ich werde es auch in den Dich verabschieden. Ich werde es in den Dich verabschieden. Ich werde es in den Dich verabschieden. Äh... Stitch. Cool. Du darfst mal gewittert. Äh... habe ich da schon wieder längst vergessen wenn ich den das erste mal rufe sagt mir hat er macht nächsten kampf oder so okay wie gesagt bis auf den anfang liefert sehr gut da Oh. die schnappen wir uns erst mal setzt mich richtig hin wo ich mit hero sobald bereit ist ich nehme an es so gedacht hero bing hält eine hero wieder so heißt schnappen wir die uns das wird ein spaß spaß gott wenn ich mal gespannt ob die welt ist ziemlich groß jetzt tokio groß was san francisco erst noch mal die brücke ich habe den namen vergessen okay wenn man schatz auch gegen euch kämpfen ich glaube ich nicht genau wie bei zahlen in dieser ange ich bin mal hoch bei technologien ja aber die alle tun zu finden nein was machst du ja die trugen oder glücks im leben zu finden das wird ein spaß ich mag es in den seine eigenen sex nehmen wir haben schon alles verballert Apagina Okay das kreis zu rücken ist sehr ungewohnt lieber doch noch mal konnte da kann man dann greift direkt an das ist noch einer ich habe gerade ein chancekontrolle okay was kann das ding ist auch ein bisschen größer als gedacht ja keine mp jetzt hat er auch eine rüstung probieber schützt uns ja auch damit wir ganz inzwischen angegriffen ja 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 da kommt ja das meine lanze und dragoner deswegen diesmal aus mit du bist mehr den dinosaurier eigentlich jetzt wo ich so was nachdenken ich habe den kapitel ich habe gerade mein dinge aktiviere auf den arm nehmen ja die körper bedienen dahin na ich kann doch so sagen was da ja auch nicht unterfallen und jetzt sind kraten die ganze welt die ganze welt die wir ja erkunden können das aber krass die 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 diskussen ich meine die haben alle super kräfte oder so wo sie dann einfach nur deren klamotten nicht mehr was nun we fist bump fist bump to display excitement hero taught it to me so like this was wurde get ready another one we're here can we pick on one our own size it looks the right size to me watch me scorch him with my freeze nado the only tornado made of ice and fire and the wrong captain of the guard prepare to face keyblade hero three oh come on and the crime fighting team of big hero six together we're unstoppable okay das ist passiert was that awesome or was that totally awesome ah ah jumping yeah i was pretty good your magic is amazing do you think i could study it sometime why not you just made donald's day my brother wanted to help people so eine szene kennen wir noch irgendwie drei Leute die eis essen what there was a fire and now he's what but he always wanted to make a difference he cared about people that's why he worked so hard to create baymax i'm sorry he's still here in baymax in all of us Tadashi he lives on in your hearts huh yeah right he will always be a part of us in some way and when you're not strong enough he'll make up the difference Sora you okay uh yeah fine i'm with you okay jetzt glaube ich die letzte disney welt oder danach geht es mit dem plot weiter danach kommt das wichtige zeug oh gott wird awesome habe ich schon so drauf oh what 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 great they're back oh we got this time for a lesson g r huh 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 wait yeah guys that one's not like the others it can't be microbots 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 huh you know what they are well they're different from heartless microbots are designed to do whatever you think via neurotransmitter that communicates what you're doing huh they're a kind of a mini bot i invented some bad stuff happened and i thought that meant they were totally gone but those enemies are way too similar which means someone's controlling them the question is who could it be maybe i'm gonna go back to the garage and look into it some more you mind going after them sure we need you on the sciencey stuff now maybe jordan's it hey max stick with them all right hero sorry donald goofy i will be your personal health care companion thanks baymax we're in good hands come on let's move we are we are typ wir sind gaberem da ich würde gerne einmal ein bisschen mehr kunden wenn es geht ob ich denn jetzt zur garage sind was irgendein speicherpunkt am besten die welt aber riesig wie schatz zu holen als sein könnten er hat wird ein spaß was hat denn nun leuchten am boden nein dafür da oben können wir zeigen hallo bin ich wohl also nicht gut was gar nicht viel hier sind okay da ist vor dingens das letzte hast du hat das ist ja nur kleine nur noch spiel mal dass ich noch mal aus dem kampf damit ja auch hier ist aber bestimmt jetzt sagt er hat mich der hauen keiner hat hier jetzt mal sagte und ein spiel des donald hier in diesem spiel irgendwie am schwersten zu verstehen habe ich so jemand schon mal käse gefunden ich glaube nicht ich will da müssen einen sprechpunkt hier finden da seiner effekt und das ist perfekt allermann und da kommen wir an dem partie wenden und ich würde sagen er ist in folge machen wir weiter hier in san von san von zokio von zokio von tokyo von zokio ok ja im dinsen dankeschön für zu schauen und wir sehen uns nächste folge und